ja hallo hallo neue astra militarium unit reviews und zwar diesmal die superschweren panzer super heavy oder bainblade serie wie man es auch immer nennen will fangen ganz klassisch an mit dem allerersten dem bainblade das ist das chassis auf dem die anderen alle aufgebaut sind der bainblade der kostet 100 ja 480 punkte also recht heuer man kann jeder ein bisschen was baut drei oder vier von denen einfach den superschweren in seine liste reinnehmen drei gleiche und dann einer muss ein bisschen anders sein ob das sinnvoll ist aber hingestellt aber es bestimmt lustig ist auf jeden fall so der kostet wie gesagt 100 480 punkte widerstand 13 also passiv stabil langsam aber dafür 24 wunden also ziemlich wobei man muss fairerweise sage ein rogel dorn hat ja 18 wunden also so viel mehr wunden sind es nicht ein rogel dorn kostet die hälfte von daher ja fähigkeiten ist ein bisschen die ist die passt sehr gut zu dem ding aber die ist ein bisschen ja schlecht meiner meinung nach der panzer gibt es sozusagen anderen auch fahrzeugen deckung wenn die sich hinten dran verstecken von daher von der rief passt eben schon das fühlt sich richtig an der fährt vor dann hinten dran eine horne chimäre die den als schützfeld verwendet aber es ist halt vom spielers gedeckung ist so leicht zu bekommen momentan und dafür eine andere regel wäre es hier besser gewesen dass das sagt er hat eine aura dass das das andere andere superschwere oder entsprechende modelle haben eine bessere regel von daher gut der ist normalerweise bewaffnet der ganze arsenal verwaffnet eine painblade kanone koaxiale auto kanone demolischer kanone das die hier vorne die koaxiale auto kanone die sieben müsste ich denke mal auf der anderen seite vom turm ist die zwei mal heavy stubborn hat das sind die hier drüben und das können auch schwerer für flammenwerfer sein hier ist der heavy stubborn hat der kann man auch nicht was alles austauschen hier in den sponsern habe ich eine laser kanone und das ist ein flamer jetzt aber die kann ich auch der stubborn ersetzen und ich kann habe links und rechts oder beiden seiten eben einmal diese sponsen mit laser kanone und schweren bolter kann man noch mal zwei davon montieren also der panzer fährt auch mit vier laser kanonen rum was jetzt schon mal recht gefährlich macht und wie gesagt zweimal viermal flammenwerfer oder fünf mal bolter wenn ich den damit einbrechen probleme an flammenwerfen ist der ist ein titanische einheit die einheit können keine overwatch mehr geben oder die flammenwerfer wenn die overwatch geben könnten dann wäre das noch mal was anderes mit e bei dem sinn mal landen ganz arsenal von waffen hat irgendwas trifft da immer aber da geht halt nicht mehr muss man bedenken auch auch wenn man gegen sowas spielt titanische einheiten könnte kein overwatch mehr geben so die painblade kanone was mich daran stört ist die drei mal die sechs heißt ich kann auch drei einser würfeln und dann hätte ich weniger schuss von rogel dorn die kanone ist bisschen vergleichbar mit rogel dorn kanone der rogel dorn hat nur ein durchschlag meine ich durchklappen nur ein durchschlag also da ich mein zwei weiß jetzt mal auswendig aber das nachteil ist halt dieses 3er würfeln und 3 3 3 1 erwürfen habe ich weniger schuss von rogel dorn das ist ein bisschen bitter wenn es jetzt heißen würde 6 plus plus 2d6 oder irgend sowas da wäre ich da wesentlich versöhnlicher sozusagen gut kanonemäßig ist nicht zu sagen aber wie gesagt die anzeite der schuss könnte massives problem sein könnte man böses pech haben die kojaxale autokanonen eigener standen autokanonen problem ist nur oder interessant ist die hat das ballistische fähigkeit 4 plus beim rogel dorn ist der einzige panzer das ist ja die kleinere version des welche das ein bisschen vergleichen der ballistisch fähig ein 3 plus das ist die einzige normale reguläre gartenwaffe die 3 plus hat alle andere elite einheiten oder was haben wir das auch aber normale guards männer gartenfahrzeuge nicht komischerweise aber der dann da 4 plus dem mollischer kanone ist die gleiche kanone beim dem mollischer panzer nenne ich die die baby die mollische beim rogel dorn sondern wirklich dem mollischer da kann man nichts sagen wie starbinder die absolut tödlichste waffe im spiel na spaß aber ja die macht halt auch ein bisschen vor allem wenn er stehen geblieben ist mit tödlichen treffern oder so kann die auch gefährlich sein für auch für schwerere ziele mal ein zwei wunden wegpickt was man vermutlich mal so ein spiel ganz passiv bedenken muss ist was vielleicht auch für anfänger ein bisschen schwierig gemacht ich habe mein ganzes arsenal von waffen muss man für jede waffe das richtige ziel wählen das schon beim rogel dorn bisschen schwierigen daten bezieht muss ja das noch mehr machen es war keinen sinn alle waffen auf ein ziel zu halten das ist dann hoffentlich atomisiert aber dafür der rest von der gegner armee nicht zum beispiel sagen wir ziel mit der kanone auf ein ziel und die vier last kanonen auf ein anderes ziel oder unter die die bolter dann auf etwas leichteres zum beispiel dann muss man sich ja dann überlegen hat vier vier laser kanonen wenn man die sponsern zweimal hat das ist auch beachtet die feuerkraft das kann auch jedes fahrzeug eigentlich fast zerstören das hat die lese probleme leser kann nur seiner schaden d6 plus eins kann halt doof sein oder gleich wie beim demolisher ich habe auch schon mal zwei wund mit dem demolisher gemacht hat zwar einser gewürfelt oder weil ich so berühmt die flambe würde ich fast darauf verzichten wollen wie gesagt oberbots kann man ihn ähnlich schießen und wenn da das twin heavy bolter sind mit sustained hits und windling kann ich ja mit schwerer fahrzeug versuchen zu zerstören auch wenn ich die jetzt auf fünf oder sechser verbunden ja gut ich kann das roll rollen um zwei schaden ist auch nicht verfahren für fahrzeug gefährlich oder schießt dann auf entsprechend leichtes infanterie ziel mit fünf bolter ich glaube da dann macht man einiges kann einiges kaputt machen weil das sind dann auch fünf bolter 15 schuss macht halt eher zwei schaden und dann lacht auch keiner mehr aber wie gesagt ich würde sagen wegen der hauptkanone und mit der fähigkeit ist nicht so toll da gibt es bessere fahrzeuge nächstes der bain hammer hammer bain egal ich versuche es dazu aussprechen wie ich möchte oder nicht auf deutsch der hat eine riesen monster kanone die ist jetzt ein bisschen zuverlässiger weil es halt nur die zwei schuss aber dafür halt am plus drei und wird da muss dagegen ein battleshock test machen alle infanterie einheiten die um das ziel sind sogar heißt aber wenn man es auf ein objekt schießt dann muss die ganze armee battleshock test machen ja darum steht dumm ist halt nur battleshocks sind ein bisschen ja nicht unbedingt immer stark auf der anderen seite wenn ich sage ich schieße dann auf die gegner armee die auf dem objekt ist der hat bis battleshock vielleicht wirklich dann und dann kann keine strategien verwenden oder so ist jetzt kann in manchen situation sinnvoll sein ist jetzt aber sicherlich an der kriegsentscheidend waffenmäßig ist hat der die keine demolisher kanone die laser kanone hat die gleiche anzahl nur noch keine koaxiale kanone der kostet aber auch 30 punkte weniger ist jetzt auch nicht mein favorit was was den aber wieder interessant macht und ich glaube genau deswegen habe ich auch fast überlegt als zu bauen der kann eine ganze horde infanteristen transportieren 26 stück und jetzt kann man sich überlegen was man da alles sie reinladen könnte und zweitens könnte man ganze rausschießen man kann überlegen dass ich einfach zweimal zwei schwerer waffenteams reinnehmen dann habe ich noch mehr laser kanonen oder was mörser müsste auch gehen weil mörser ist keine artillerie aber zb viel ordentlich batterie wird es logischer nicht gehen weil das ist artillerie aber man könnte zum beispiel überlegen dass er zwei desk of creed blobs mit charakter und alles auf ein objekt transportiert und dann sitzen die da ist halt nur nullen von da ist alles so schnell aber könnte mir zum beispiel auch dann move befehl geben dass er zwölf stellen dann sind dann können die infanteristen ja doch laufen ein stück vielleicht ja wenn der gefahren ist könnte er nicht mehr laufen aber die ja wo da kann man ganz plop auf wenn die strategie ist ein riesen infanterie blob mitte auf dem feld auf ihm irgendwo zu platzieren könnte das eine idee sein und den zu schnell genug zu töten bevor der infanterie blob auf dem ziel ist ist glaube ich auch nicht ja schwer möglich der macht acht ob ist ein deutsches wort ms 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 markercontrol keine ahnung aber auch acht ist jetzt auch ein recht mit übermäßiger wert für den punkt für die punktkosten gar da da ich also so viel wie 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 vier guardsmann ist das jetzt so der hit also nicht für vier einheiten gratis man vier vier firmen firmen mit modelle aber der gegner muss auch er schon wieder acht aus hier haben und wenn ein panzer auf dem objekt steht klappt da kommt ja gar nicht mehr dran wenn man richtig drauf parkt für edge edge panzer park drauf und dann noch zwanzig kriegsmann außenrum dann kommt da eh keiner mehr drauf könnte die idee sein ist aber halt auch nur ein ja und die frage die frage ist ja was machen wir gegner gegner damit um in anderer spiel hat mir auch schon mal erzählt da hat der gegner so ein fahrzeug gehabt deshalb alle außenrum gegangen den ignoriert und alles andere getötet sozusagen oder alle anderen objekte eroberten sekundärpunkte gemacht und der panzer stand irgendwo rum und hat nichts gemacht ja was man bedenken muss da vielleicht kurze kurz relativ kurze reichweite das kann sein dass vielleicht die erste runde die schießt generell bei den super schweren panzer ist je nachdem wie die tische gestaltet sind kommen ja nicht überall durch ich hatte schon bei den rogel dorns probleme überall durchzufahren das habe ich damit noch mal doppelt von daher ja der bain world ne bain so bin ich bain world bains bainsword bainsword muss im shadow sword verwechselt da muss man aufpassen der kostet auch wieder 480 punkte der hat jetzt eine richtige monster kanone shadow sword ist dann ganz dezidierter antipanzer super heavy der kann aber eine ähnliche rolle spielen auf jeden fall weil stärke 16 langt dafür um die taten auf die drei zu verbunden es gibt glaube nichts was der widerstand 16 im spiel hat und mit vier ist halt auch nicht zu spaß auch wenn ich relativ verlässig anzahl die schlechteste würfel was da würfeln kann ist halt sieben schuss und hat dann besser wird zum beispiel beim beim normalen bain blade wo ich halt wenn ich im schlimmsten fall drei schuss habe da ich im schlimmsten fall sieben schuss und zweifel habe ich hier auch noch mehr von daher das ist recht verlässlich ignores kammer das heißt die die frage ist wie das gemacht ist der puste die deckung vielleicht einfach mit weg als auch immer die vier die vier durchschlag und verwundet also die selbst die massivsten zielern 6er safe ammo safe und gut in one build safe kann halt nichts machen aber ja die fähigkeit ist auch nicht verkehrt ist man wenn der modell zerstört dann explodiert es auf die d3 und nicht auf die 6 kann ganz dumm laufen wenn dann halt in der gs mehr auf einmal anfangen die sachen zu explodieren und der mit der kanone killt wird er vermutlich jedes mal ein fahrzeug zerstören auch ist aber mir ist zumindest eine nette fähigkeit wird sein das könnte ab und zu mal böse enden wenn da irgendwas in der armee explodiert und alles außenrum dann schaden nimmt das können als böse enden und für alle jetzt kein und hat immer noch blast also kann damit auch auf andere ziele schießen nicht nur auf nicht nur auf panzer wenn zwei was weiß ich gut gras wenn wir die will würde ich jetzt aber nicht mit bekämpfen was heißt irgendwas wie custodes krieg noch zwei schuss für blaster zu und habe dann mehr im schlechtesten oder ein schuss dann habe ich im schlechtesten falle acht schuss gut treffen muss bald auch verwunden ist aber kein problem ein one build safe kann dann blöd werden aber vier vier schaden ist ab genug um den schwersten infanteristen jeden bei jedem hat wunde ein zu zerstören von daher den würde ich für den normalen bane blind auf jeden fall bevorzugen aber kostet das gleiche normalen bane blind von daher würde ich den bevorzugen der doom hammer der ist jetzt das auch dezidiertes antifahrzeug fahrzeug arm hat kurze reichweite wenige schuss stärker ist jetzt an berauschend desekts schaden kann kann muss nicht der hat aber den vorteil der melder 6 melder 6 und sagt okay da muss auf zwölf rand ist ganz blöd aber dadurch dass der diese regler ist halt immer auf halber reich ist wenn der fahrzeug monster oder fahrzeug bekämpft heißt er macht immer sechs schaden sechs schaden oder sieben weil ich kann ja keine nullerwürfe von der sieben schaden sind gebucht sozusagen gut dumm ist sein welches wirklich nur vier schuss ab treffend zwei aber das ist dann wirklich fahrzeuge massive waffe und hier wieder feuerring deck und ich kann 26 mann damit transportieren heißt im zweifel wenn ich jetzt in der ersten runde vielleicht nix sehen weil meine hauptwaffe auch gut zeige ich meine sekundärwaffen der doomhammer kostet 455 punkte ist also auch einer von den billigern und selbst wenn ich mit der hauptkanon vielleicht in der ersten runde nix nix am see oder außer reichweite bin das kann natürlich gut sein habe ich noch mal vier laser kanonen wo ich damit auch vielleicht das erste fahrzeug schon zerlegen kann wenn ich jetzt überlege ich will was um eine ganze armee auf den punkt zu transportieren und ich habe jetzt den die zur auswahl und den hier würde ich stehen da bevorzugen wirklich die waffen sind ziemlich ähnelt von der werten her zwar ziemlich ähnlich aber die fähigkeit ist mal massiv besser beim einzelnen seit battle shock bei dem da ist als fahrzeug am naja nicht mehr existent außer vielleicht die kette so von daher der der zahlt in sich der hellhammer das ist ein bisschen ganz spezielles fahrzeug kostet 450 punkte ist also ein paar von den billigern das ist ein bisschen wie es wird diesen einen acht den einen lieben ruster wo ich sag die häuserkampf edition der ist halt ganz ähnlich ausgelegt er hat ähm er ist also nah wie der normale lieben das wie normale pain blade ist nur ein stück billiger die hauptkanone ist aber ein ganzes stück schwächiger ich habe halt vier mal d6 schuss heißt im düstensfall habe ich halt vier vier schuss nur für meinen super teuren panzer 30 reichweite aber jetzt mit leben deckung ignorieren nett aber bei einem durchschlag schadet auch nicht aber das ist ein bisschen die die häuser kampf edition halt ich habe eine ganze menge schuss und ich habe keine abzug wenn ich ihnen in angriffsreichweite bin als wenn der gegner mich chart der macht doch da schießt sich trotzdem beim arsenalen kann auch es heißt aber zum beispiel der andere fahrzeug haben spezielle regel dass auch in nahkampf schießen können wir die hauptkanone obwohl die blast hat das hat der nicht das heißt er ist da noch mal ein nachteil da kann sich die demolische kanone die hauptkanone nicht verwenden wenn er von einheiten die ihn gecharge haben das ist noch mal ganz gewaltig ein nachteil von dem fahrzeug und auch die frage ist brauche ich wirklich im zweifel sind das in düstfalls ist also vier schuss wenn ich aber normale habe ich zwölf schuss oder irgendwas je nachdem wie es hat rechnet oder 16 zwölf und 16 schuss brauche ich so viel überhaupt auf den infanteries geworden ich kriege noch mal schuss für blaster zu mit zwei kleinere kanonen vermutlich besser dienen wie die die eine hauptkanone und gegen fahrzeug ist die wieder zu stärke 7 wieder zu zu schwach eigentlich wo der für dem wenn ich wirklich ganz gewaltig abstand nehmen der shadows worte so ein bisschen mein mein lieblingspanzer so einen habe ich auch aber auch nie gespielt muss ich gestehen der shadows worte ich meine ich der billigste wo haben man schul und shadows ort koste nur 440 punkte nur in anführungszeichen der befehle die molliger die konexiale kanone und eine massive kanone die vulkanokanone und jetzt sogar blas das haben wir vergessen der heavy das macht ein bisschen einzigartig und hat eine größere reichwerte wie die anderen eine ganz im dümmsten war wirklich nur zwei schüsse besten fall vier schuss also minimale feuer heavy gleich das bisschen auswahl besser trifft man kann auch befehle geben das kann bei alter der wird auf die zwei treffen von daher stärke 24 das heißt jeweils mit stärke zwölf wird auf die zwei verwunden was halt heftig ist durchschlag ja hofft dass du ein wunderbar safe hast wenn nicht dann bist du halt tot also selbst eine einen lieben ross oder rogel dawn mit der kalt save bei der feuerkraft und zwölf schaden zwölf schaden das hat heftig und vielleicht kann man auf monster der fahrzeuge schießt geht halt der west lady wunds das glaube ich ist nicht ganz so hilfreich wie es sich anhört weil ich meine selbst wenn ich jetzt vier schuss habe drei vielleicht drei und ob ich da eine verheerende verwundung rauskriege ist unwahrscheinlich da wird mir eher sowas helfen wie der weg beschadet dass ich die rerolls auf monster vehicle habe dass die niedrige anzahl von schüssen wirklich auch zählt ist aber es gibt ja recht viele fahrzeuge momentan in der edition und der hat wirklich die möglichkeit jede runde mit seiner hauptkönung eins zu ja zu von von vom feld zu fägen und dazu kommt natürlich auch die laser kanone die die ende die jahre noch mal ein fahrzeug töten kann so wie sind denn wenn man da belegt hat vier laser kanonen und gut kann halt dumm laufen dass die das nur schwer beschädigt aber das ist auf jeden fall fahrzeuge nicht zu unterschätzen vermutlich für die meisten armeen ist es aber leider würde ich fast sagen oberkill weil wenn ich wenn man an ich kämpfe gegen eine ritterarmee ja klar ich wundere jeden ritter auf die zwei außerdem vielleicht die ganz großen aber ich habe einen schuss da ist ein kleiner baby ritter tot der gegner hat aber zehn davon ja irgendwie so der drehrum vielleicht ein paar wenig aber kommt bis darauf an welche er hat von daher und ein irgendeiner von diesen blöden baby ritter charge mich dann da kann ich meine kanone gar nicht mehr verwenden und bin dann die ganze zeit habe ich mich mit meinen lasern fährt und bolter versuche ich mich dann da irgendwie raus zu kämpfen von daher kann eine idee sein wenn man wirklich sagt macht vielleicht ein spiel mit titanen oder mit ähm jede menge überschweren fahrzeugen oder im store event wollte ich auch mal einsetzen zum spaß habe ich dann aber drei rogen dorn gemacht das war lustig ja nicht für mich aber ähm von daher ist ein cooles fahrzeug auf jeden weg ist ein cooles fahrzeug auf jeden fall aber ich glaube für die meisten kämpfe für die meisten normalen spiel ist es ein overkill und vor allem wenn ich dann einen davon ab der gegner weiß ja dann was der kann alles spätestens wenn das erste fahrzeug äh rauchender klumpen altmetall geschmolzen so so eine pfütze geschmolzen aus altmetall ist bleibt auch weg von dem vermutlich und dann was man allerdings hat auch eine recht lange kanone also man kann da ruhig gucken ob ich irgendwo um die ecken rumkomme wichtig ist es wird ja nicht von von der kanone gemessen was er abbeschießen könnte sondern vom modell aus das heißt wenn die kanone um der mann da ist jetzt über die ecke und die kanone ragt um die ecke sehe ich halt alles was um die ecke ist von daher kann da kann man schon recht gut verbunden mit umgehen wenn man das bisschen geübt hat vielleicht auch dann meist kippen wird's overkill sein ich muss aber ausprobieren das das wäre echt lustig der sturm lord der kostet 160 punkte das ist einer mit einem mega bolter ein vulkan mega bolter das normal auch eine titanen waffe ähm der kann auch eine ganze armee transportieren und jetzt wirklich eine ganze armee 40 mann heißt äh zwei zwanziger squads infanteristen und feuerring deckt da könnte er 24 mal rausschießen also man könnte zum Beispiel eine ganze Menge schwere waffenteams reinladen die dann nochmal ganz gewaltig feuerkraft geben problem ist wenn er sich bewegt hat ähm dann trefft die halt die schweren waffenteams nur auf die 5 gut wenn ich ein super heavy spielfächer und lord solar wieder nehme um es ein bisschen auszugleichen ähm der hat zwei schwere stubble ich glaube das ist nicht kriegsentscheidend ähm der sturm bolter würde man zu fast sagen ist ja eigentlich eine anti-infanterie waffe aber naja hat er 20 schuss und schnell switch da trifft vielleicht die hälfte je nachdem befehle gibt oder irgendwas aber was sustained ist das heißt er kriegt auch nochmal ein paar wieder stärke 6 ist es nicht genug um fahrzeuge effektiv zu verwunden aber bei der Menge an feuer und dann hat er noch einen laser kanon ähm und zwei schaden kann dann mit vier nachher da eine menge schaden anrichten optimal wäre halt irgendwas gegen schwere gegen kungs todes oder sowas zum beispiel selbst gegen spacemarines wenn man da einmal drauf hält ähm ich glaube da ist es selbst da ist es overkill mit der waffe welcher 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 zehn mann spacemarines würde er vermutlich auch einfach platt machen ähm aber ich glaube dafür 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 bräuchte man sowas besser der es garantiert hat ähm ähm gibt es so viel spacemarines vermutlich am feld nicht wie der weg pusten müsste um sich zu rentieren ähm ja wie gesagt da würde ich auch lieber zu den einen tendieren der es 180 punkte kostet oder so bevor ich jetzt den um den bau aber ist halt wie gesagt wenn ich mein plan ist ganz ähnlich bei den anderen die frage ist dann brauche ich wirklich 40 infanteristen immerhin transportieren und wenn ich das will gibt es dann keine keine beste löse es gibt ja transporter die 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 mehr transport kapazität haben in die superheavis von daher ja es ist aber sicherlich mal lustig so ein zu zu verwenden aber will ich jetzt abraten von der sturm lord storm lord ne sturm 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 world ne sturm sword aber egal wie auch immer dieses große panzermonster ist glaube ich der teuerste superheavis mit 495 punkten ähm der hat diese griesen monster kanone deckung gibt es ja keine ist einfach zu groß ähm sechs also im schlimmsten fall sieben schuss akzeptable das reicht eigentlich auch wieder reichweite und äh da lacht halt auch keiner mehr über den schaden vor allem flat 2 schon mal ähm und der hat auch noch mal so einen flächeneffekt ähm leider ist es wenn ich als einer innerhalb von drei insch um den gegner bin könnte ja noch mal tödliche wunden machen also ich kann da versuchen ganz wenn jetzt der gegner auf dem objekt steht kann er versuchen die ganze armee zu treffen mit einem schuss ähm d3 tödliche wunden sind es aber nicht so berühmt und die reichweite ist es auch mit drei insch ist jetzt auch begrenzt sagen wir mal so ähm aber ja die waffe ist auf jeden fall ähm solide number von schuss absolut tödlich auch die auch schwere panzer und und titan wird auf die drei verwundet ähm im vergleich zum beispiel zum zum shadow sword ähm habe ich halt nur stärke 16 statt stärke 24 aber wann brauche ich die stärke 24 wenn ich dafür eine höhere nummer nummer von schüssen habe bin ich dann besser bedient gut schaden ist jetzt halt gar nicht so groß aber mit dem will ich vermutlich besser fahren mit dem shadow sword und zweifel ich jetzt kein fahrzeug als ziel habe die schwere infanterie kann ich damit dann auch noch bekämpfen dafür habe ich ihn vermutlich nicht aber ähm der ist da ein bisschen flexibel ein bisschen weniger eingeschränkt und fahrzeuge lachen da halt auch nicht drüber egal was es ist ähm und dann haben wir noch einen haben wir noch einen näheren peste science das ist dann der letzte und der teuerste auch ja tendieren würde ich halt wirklich zum na gut der ist halt der teuerste weiß noch ob das dann auch empfehlenswert ist tendieren würde ich vermutlich zum kann ich jetzt sagen würde ich müsste einen verwenden irgendwo den doomhammer oder den bane world bane sword ja ich sag immer world aber wenigstens wird der wäre eigentlich ganz verkehrt hat auch eine heftige waffe und buchte man ist ein bisschen billiger und findet die fähigkeit mit dem transportieren ganz interessant ob ihr dieses vor allem auch feuerring deckt das heißt wenn ich einen befehl gebe dann haben alle einheiten da innen drin auch einen befehl und können sie dann mit mitschießen was man auch machen kann kann die ganze waffen auch überladen weil die das fahrzeug nimmt dann den schaden nicht die infanterie ist drin bei dem hat es natürlich blöd wird aber wenn ich so ein ein spiel würde ich natürlich auch ein lord solach spiele würde ich auch ein tech priester spiele wieder repariert oder ein wandelbe safe gibt weil der wird dann bestimmt auch das das ist glaube ich der größte nachteil von den super heavy selbst wenn die die meisten waffen den auf dem fünfer verwunden war der killer missile wäre zum beispiel ach 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 nur ein dreier von daher ähm oder ein fahrzeug wie ein wengwischer battle kanon ein laser kanon wird dann auf fünfer verwunden aber wenn da genug kommen dann können die den auch ganz schnell zerlegen weil wengwischer könnte schon einen schuss fast mehr als die hälfte von dem zerstören wenn man gut würfelt natürlich aber ja von daher würde ich und auch weil die gelände meistens recht dicht ziehen würde ich eigentlich von den super schweren abraten aber wenn man recht offenes gelände spielt oder recht viele schwere fahrzeuge spielt auch auf der gegnern seite dann sind die glaube ich haben die glaube ich durchaus ihre verwendung wenn der gegner nur kleinvieh spielt und da dann 400-200 guardsmen kommen ja dann kann der halt nicht viel machen dann werfen zum zweifel granaten drauf machen da wird genug schaden wenn der sich dann richtig wehren kann das ist schon aber bis er die alle getötet hat dauert zu lang und selbst wenn wir jedes mal mit jedem schuss einen einen trupp auslöscht der könnte sich halt mit einem schuss aus obwohl wir blas dazu bekommen ja vielleicht gerade so alle müssen wirklich alle schuss schuss treffen und alle muss man hier gut würfeln dass das langt von daher will ich ja ein bisschen abraten hier sehen wir also bis das lokale was man lokale meta ist gut dann bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss